Mein Name ist Manfred Fasnacht. Ich bin Verkaufsleiter für Süddeutschland, für die Schweiz und für Frankreich bei der Firma Moisburger. Die Firma Moisburger bietet Stahlplatten, Stahlstäbe und Normteile für den Maschinenbau, für den Werkzeugbau, für den Formenbau und für den Stanzwerkzeugbau an. Das Besondere bei den Moisburger Platten ist, dass wir alle Platten, die wir bei uns im Haus haben, zusätzlich nochmal spannungsarm glühen. Wir haben einen Glühofen bei uns im Haus. Wir haben eine Kapazität von 240 Tonnen, Tageskapazität zum spannungsarm glühen von unserem Stahl. Und das machen wir über eine geregelte Zeit, das heißt vier Stunden aufheizen, sechs Stunden halten und dann geregelt abkühlen, so lange, bis der Stahl ein richtig feines Gefühl hat und ein gleichmäßiges Gefühl hat. Und nur durch diese lange Glühzeit kann man wirklich einen spannungsarmen Stahl bezeichnen. Mit unserer Lieferbereitschaft von 99% sind wir ein starker Partner für unsere Kunden. Wir haben in Wohlfurt ein Lager mit 18.000 Quadratmeter Lagerfläche. Wir haben über 70.000 Katalogartikel auf diesem Lager verfügbar. Das bedeutet, wir können unsere Kunden mit fast allen Normartikeln innerhalb kürzester Zeit innerhalb Deutschlands mit 24 Stunden beliefern. Die Kürzester Auslindung Vielen Dank.